Im Podcast, vom Parkett ans Mikro, spricht, Let's Dance, Juror Joachim Jambi, über 20 Jahre bei RTL. Jetzt wird bekannt, dass er einen Job beim MDR angenommen hat. Wie Joachim Jambi und der MDR bestätigt haben, wird der, Let's Dance, Moderator neuer Moderator der Talkshow, Riverboat. Zum ersten Mal wird er am 23. August beim MDR zu sehen sein. 2024 sind fünf Ausgaben mit Jambi geplant, der sich mit Matze Knob, Wolfgang Lippert und Klaus Brinkbäumer abwechselt. Seinen Job bei RTL behält er natürlich. Im Podcast des Tanzsportvereins NRW, vom Parkett ans Mikro, spricht Jambi mit Host Lars Pastor über seine Zeit bei Let's Dance. Let's Dance. Joachim Jambi wollte nicht Juror werden. Wir haben in Erfahrung gebracht, dass RTL die Lizenz für das BBC-Format, Strictly Come Dancing, für Deutschland bekommen haben, erinnert sich Jambi, der damals im Präsidium des DPV, Deutscher Professional Tanzsportverband, für die Medienarbeit zuständig war. Er sei dann zum Sender marschiert, allerdings nicht, weil ich den Juror spielen wollte, das war nicht im Gespräch. Aber ich wollte unsere Profipaare, die hier sehr entscheidend sind, bei RTL unterbringen. Let's Dance. Joachim Jambi bekam sofort einen Beratervertrag. Der Sender sei sofort begeistert gewesen, und habe ihm einen Beratervertrag angeboten. So kam auch Designerin Katia Convents dazu, denn jemand musste ja die Tanzkostüme schneidern. Ein normaler Schneider kann das nicht. Gemeinsam mit Convents und einer Geschäftsführerin sei er der Einzige, der bereits seit 2005, ein Jahr vor TV-Start der ersten Staffel, mit Let's Dance, beschäftigt war. Dieses Jahr bin ich 20 Jahre mit diesem Format verbunden, das ist schon eine lange Zeit. Let's Dance. Die Show pausierte wegen Harpe Kerkeling, das nach zwei Staffeln fast Schluss gewesen wäre, habe am Ausstieg Harpe Kerkelings gelegen, wie Jambi weitererzählt. Dann sei glücklicherweise Daniel Hartwig gekommen. Let's Dance. Joachim Jambi spricht über seine Bewertungen, die Prominenten kommen ja aus dem Nichts. Die haben in der Regel keine Vorbildung, vielleicht hat der eine oder andere einen Tanzkurs oder früher Ballett gemacht, aber mit Standard und Latein in Berührung waren 99,9% noch nicht, erklärt Jambi im Podcast seine oft als zu streng kritisierten Bewertungen. Dann entwickeln sie sich natürlich auch, und dann werden die Noten auch besser. Wenn ich am Anfang schon mit sieben, acht Punkten einsteige und habe nur bis zehn, dann komme ich natürlich allein schon dadurch in eine Problematik rein, dass ich dem Paar gar nicht gerecht werde, so Jambi. Let's Dance. Joachim Jambi über Ella endlich. Ella endlich. Die mit Valentin Lusin tanzte, dagegen sei von Anfang an so gut gewesen, dass er mit acht Punkten habe anfangen müssen. Da wusste ich, dass sie sich höchstens noch auf eine neun oder zehn verbessern kann, aber sie war nie eine sechs oder fünf oder weniger wert. Am Ende des Tages war es mir als Wertungsrichter bei Tanzturnieren, egal ob Amateure oder Promis, immer wichtig, dass die richtigen Paare weiterkommen, und dass auch die richtigen gewinnen. Let's Dance. Joachim Jambi über Jorge Gonzalez. Wie Jambi betont, fühle er sich bei seinen Bewertungen niemandem, auch nicht RTL gegenüber verpflichtet. Von mir ist eine vier oder fünf wie eine sieben oder acht von Jorge, ist der Chef-Juror überzeugt, das sieht man auch immer an den Reaktionen. Wenn ich eine neun oder zehn gebe, geht die Bude ab, weil alle sagen, dass das ein Qualitätsmerkmal ist.